Feindliches Fahrzeug 500! Sie ziehen sich zurück! Misfit 1-3, hier vorne 5-0. Achtung! Aus Osten kommt jede Menge Bewegung auf euch zu! Weiß es, wollen uns in die Flasche fallen! Kommt, 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 ihr werdet uns überretten! So schnell! Nein! Nein! Scheiße! Ah! Ah! Nein! Nein! Au! Au! Mann, tat das weh! Sie behaupten also, Sie waren nach dem Erdbeben bewusstlos? Ja, Sir! Sparen Sie sich das, Sir, das wird Ihnen nicht helfen! Weil Sie mich so oder so foltern werden? So arbeiten wir nicht mehr! Jetzt lassen wir Sie einfach von der Bildfläche verschwinden! Ganz toll! Wie lange waren Sie bewusstlos? Die Sonne war untergegangen, als ich zu mir kam! Da war ein Funkspruch! Wie lange genau? Sechs Stunden acht! Das ist wichtig! War das ein Zug? Sind wir am Hunter's Boys? Konzentrieren Sie sich auf die Frage, bitte! Ich war noch ziemlich benommen, als ich mich rauszog, deshalb weiß ich es nicht! Und es war dunkel! Als Sie sich rauszogen? Waren Sie begraben? Ich konnte etwas erkennen! Sie sagten doch, es war dunkel und Sie waren angeschlagen! Wachen Sie sich lustig über mich? Wir sind nur zum Vergnügen hier, Sergeant Blackburn! Unterhalten Sie uns! Na los! Wenn Sie das sagen! Es war also dunkel und Sie waren angeschlagen! Und nach dem Beben sahen Sie etwas! Was war das? Nichts Schönes befürchtet! Andererseits habe ich eine bessere Idee! Sie! Ich lasse Sie drehen! Wen? Was denn wen? Oh, kommen Sie! Was ist denn? Leben oder sterben? Leben oder sterben? Leben oder sterben! Leben oder sterben! Eing! Und die An alle Einheiten. Weg damit. So. Scheiße. Scheiße, Mann. Warum eigentlich immer ich? 2036, na super. Ich verstecke mich nicht. Ich laufe durch die Gluteleid. Oh oh. Ja, klar. Was sollen wir glauben? An alle Missfettfahrzeuge. In Führung Missfett. Sommet euch am Abrufpunkt. Wir ziehen ab. Over. Ruh in Frieden, Freund. Ich werde dich rechnen. Egal wer dir das angetan hat. So, hier. Jetzt durch dieses Kanal-Ding. Ich werde dich nicht töten. Geh weg. Nein. Ich hab dich gewarnt. Geh weg. Äh. Ich wollte das nicht. Ich wollte diese Maus, diese Ratte nicht töten. Sie war so süß. Na ja, sie hat mir keine Wahl gelassen. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Du Gerichtbrief. Hallo. Hallo. What's up? Hahaha. Mit einer Waffe. Hahaha. Unauffällig wie eh und je. Wie kann ich denn das Techlight ausmachen? Oh. Sei doch Spinner. Ne, sonst noch was in dem Messer. Ich hab doch auch noch Waffen dabei, oder? Nehme ich die auch noch mit. Auf. Ach, hab ich jetzt zweimal so ne scheiß AK-Ding. Na super. Die Lett, aber... Was ist denn die? Sa- 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 Keine Ahnung. Ah, Schrotflinte. Das klingt doch mal nice. Was ist das? Eine Erbkirka. So, wie schalte ich das Techlight aus? Dings? Ne. C mit F. R. E. V. W. Ne, mit wenig. Mit T. Jo. T. T. Ah, gut. Die haben mich jetzt sofort entdeckt, weil ich hier... Gut, ne G wäre schon Granaten, oder wie? Ja. St 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 aber das ist die Stelle die kenne ich nur da auch noch hin wird da war da war ich weiß es ist ein Leben Schaltmann alles schnell aus sich hier auch da da er darf als er ist das ist eine unsichtbare Wand A ich tue doch gar nichts ich mach dir nur Granaten legen müssen aber alles droht sein Ich will das hier nicht in Ordnung. Ich will das hier nicht in Ordnung. Ich will das hier nicht in Ordnung lassen, dass er meinen Freunden abzieht. Scheiße. Das ist grad ne Katze. So, die müsste jetzt alles klar tot sein. Flo! Das wars jetzt aber, oder? Ja, das müsste es gewesen sein. So. Jetzt müsste es das aber gewesen sein. Was? Oh. 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 Hallo schon, freu doch! Hallo schon, wir fins Britans und Bilder kommen raus! Wir werden uns mit unseren Verdorn helfen! Hör doch mal wieder! Mir kam das damals schwerer vor, hier. Ich weiß nicht. Irgendwie... ...das ist so einfach. Warum nicht? Danke! Arschloch. Nein, 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 nein. Aua. Ah, es ist so einfach. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Was hat... der letzte Mal gespeichert. Bin ich jetzt nach da? Scheiße, Tier. Bö... nein damit alle weg auf zu zu Du, äh, Bus. Was da das? Du, ich hab' ich keine Granaten mehr. Ach, weili doch. Scheiße. Ähm. Deckleid. Macht aber sehr viel Licht. Keine Bewegung, du Pisser! Hände hoch! Heilige Scheiße! Blackburn! Was bin ich froh, dich zu sehen? In etwa 30 Minuten muss hier jeder selbst sehen, wo er bleibt. Komm, wir verpissen uns. Hallo, Montes. Misfits! Hier Misfits 1-3! Ich glaube, ich bin fast beim Sammelpunkt. Ohne dieses Scheißgebäude wirkt die Stadt gleich ganz anders. Super-System-Misfits-Prays starten in 5 Minuten. Ich hab' die Tür. Komm! Danke. Laut Milnet gibt es in der ganzen Stadt Krawalle. Und, halt dich fest, einen Q im Iran. Gesponsort von unseren freundlichen Nachbarn, der PLA. Sieh mal! Was? 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 Oh, ich bin getroffen! Alkman! An die Waffe! Wo denn? Wer denn? Wie denn? Die da? Die da? Die da? Ne, die nicht, die. Hä? Die, die da? Ja, so nicht. Soll ich da bitte drankommen? Ach so!